TeleStammtisch 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 Ich bin Andreas, Andreas Kiener, wie gesagt aus Luzern, Comiczeichner und Illustrator. Hallo Andreas, das freut mich wirklich wahnsinnig, dass wir es geschafft haben, heute einen Termin zu finden, trotz eventuellem Technik-Hassel, den es auch ein bisschen gab. Wenn man sich deine Website anguckt, dann trennt uns vom, ich bin ein Jahr nach dir geboren, ansonsten glaube ich, bist du vor allem den künstlerischen Weg in deinem Leben eingeschlagen, oder? Genau. Ich denke, es war ziemlich klassisch. Ich wollte als Kind Zeichner werden, wie viele andere, und habe das dann aber durchgezogen und lebe jetzt von diesem Beruf. Und man kann sich deine komplette Vita ja auch angucken, zumindest Ausschnitte davon auf deiner Website, die auch wirklich total fisch gut. Hast du die selbst gemacht? Mithilfe eines Grafikkollegen habe ich die Webseite jetzt neu gestaltet. Ich muss aber sagen, dass sie vielleicht weniger den künstlerischen Aspekt meiner Arbeit beleuchtet und vielleicht mehr den kommerziellen, weil wir Comiczeichner müssen ja von irgendetwas leben. Auf jeden Fall. Und das tust du als Illustrator, richtig? Genau. Ich bin eigentlich hauptsächlich, verdiene ich mein Geld als Auftragsillustrator für Magazine, für Veranstaltungen und so weiter. Diese Gespräche sollen ja immer auch ein bisschen im Zeichen der Eigenwerbung stehen. Erzähl doch mal, wofür und wie kann man dich eigentlich buchen? Man kann mich buchen, indem man mich anruft oder mir schreibt und kann da gerne sein gewünschtes Projekt vorstellen und ich werde dann eine Offerte machen und dann sehen wir weiter. Aber hast du jetzt irgendwie so Schwerpunkte? Ich sehe hier ein Plakat Richtung politische Sachen, ich sehe hier auch einen Fußballverein, ich sehe was von Kinderbüchern. Würdest du sagen, du machst alles oder hast du schon so Schwerpunkte? Ich würde sagen, dass ich so ziemlich alles annehmen kann, was Richtung Illustration geht inzwischen. Ich bin kein Animator. Es gibt viele Illustratoren, die noch animieren. Das ist weniger mein Ding. Ich bin eigentlich wirklich ein sehr klassischer Zeichner. Aber Schwerpunkte? Ich arbeite gerne für Organisationen oder Leute, wo ich auch inhandlich dahinterstehen kann. Also ich habe tatsächlich immer wieder mal Aufträge für politische Sachen, was ich sehr gerne mache. Und natürlich versuche ich auch, so zu arbeiten oder die Arbeiten zu präsentieren, wie ich gerne weiterarbeiten möchte. Das heißt, wenn die Leute meine Webseite sehen, das sind die Sachen, die ich gerne mache. Die wirklich ganz unterschiedlich ausfallen. Das ist eine Sache, das kann man nicht von jedem Illustrator sagen. In vielen Fällen erkennt man so einen gewissen Strich, eine gewisse Stilistik. Aber du bist ja sehr querbeet, sehr abwechslungsreich aufgestellt. Ist es Absicht? Bist du da besonders hinterher, dass du da einfach ganz viele Facetten abbildest? Also erstens kann ich sagen, dass es für mich extrem schwer zu beurteilen ist, ob das wirklich der Fall ist. Aber grundsätzlich freut mich dieser Punkt. Ich finde nicht, dass ich sehr breit aufgestellt bin. Für mich sieht alles nach Andreas Kinn raus. Ich versuche das auch überhaupt nicht zu forcieren. Ich versuche wirklich möglichst so zu arbeiten, wie in den Techniken, die ich gerne mag. Aber wenn ich das jetzt so sage, merke ich selbst vielleicht nur schon der Ausdruck Techniken. Das bedeutet wahrscheinlich schon, dass ich ja irgendwie vielleicht etwas breit aufgestellt bin. Ich meine, meinen Comic habe ich total von alles von Hand gezeichnet und koloriert. Und ich arbeite natürlich auch viel bloß digital. Somit gibt es bestimmt Variationen im Stil. Das ist auch sehr interessant. Das werden wir gleich nochmal vorziehen. Natürlich kommen wir noch auf Unvermögen im Detail, in den Erstehungsprozess gleich zu sprechen. Aber du sagst, dass du sowohl analog als auch digital unterwegs bist. Das ist ja auch eine Ausnahmeerscheinung. Ich glaube inzwischen nicht mehr. Ich glaube inzwischen ist das ziemlich viele Illustratoren sind eigentlich gezwungen auch digital zu arbeiten. Natürlich, wenn es ihnen auch liegt und wenn sie das gerne auch machen. Aber inzwischen werden dermaßen viele Sachen direkt digital verlangt oder auch direkt gepfadet im Illustrator. Somit führt kein Weg an digitalen Gestalten vorbei, denke ich heutzutage. Es gibt sicher vielleicht auch noch ältere Zeichner, die ihrem Stil einfach treu bleiben wollen und eventuell auch eine große Kundschaft bereits haben, die sich da vielleicht auch eher nicht darauf einlassen möchten. Aber ich denke heutzutage, mein Alter und drunter, da zeichnen viele auch digital. Klar, auf jeden Fall. Also sogar, denke ich, gerade im jüngeren Bereich der Kolleginnen ist da viel digital unterwegs. Aber ganz interessant, das interessiert mich immer sehr, wie da die jeweiligen Arbeitsprozesse sind. Und das hast du auch so wirklich von der Pike auf gelernt. Hast du dir viel selbst beigebracht oder ist es letztlich die schulische Ausbildung des Studierenden zum Beispiel auch gewesen, dass dir so viel beigebracht hat? Woher hast du einfach das meiste gelernt? In der Schule des Lebens oder am Lehrtisch? Ich würde sagen, tatsächlich im Studium. Aber da bringen die dir keine Techniken bei. Man lernt neue Sachen, weil man die ganze Zeit zeichnet mit Leuten in einem Raum, die dasselbe machen seit Kindesalter. Und man lernt enorm viel von den anderen Leuten. Und man wird auch inspiriert, vielleicht neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, da habe ich in kurzer Zeit extrem viel gelernt. Weil da auch viel praktisch gearbeitet worden ist wahrscheinlich, ne? Genau. Und die Leute sind halt sehr unterschiedlich. Ich glaube, die wählen die auch so aus. Ich meine, in Luzern, da sind es Klassen. Wir sitzen, wir haben einen fixen Stundenplan gehabt. Wir saßen alle zusammen in einem Raum. Da muss man inspiriert werden. Du hattest auch gemeint, dass du ja, man sieht es auch ganz schön, auch schon für eine politische Partei was gemacht hattest. Ist das auch ein bisschen Schwerpunkt deiner Arbeit? Also, man würde sich eigentlich mal so, mit so einem politischen Statement, in dem Fall, das kann man ja sagen, hast du dich für die Grünen in Luzern oder in Kriens, heißt das, eingesetzt und für die eben ein Plakat gemacht. Grün statt Grau steht ja auf diesem sehr ansprechenden Plakat drauf. Ist das so ein bisschen auch die politische Stoßrichtung, in die du gehst? Ja, klar. Ja, total. Deshalb ist es überhaupt kein Problem, da auch solche Aufträge anzunehmen. Ich meine, man muss sich immer fragen, was man für Massmann genau stehen möchte. Und es gibt immer die Diskussion mit anderen Leuten und auch mit einem selbst, wie weit geht man für Geld. Aber für die Grünen zu arbeiten, ist natürlich das kein Problem. Ich arbeite da sogar, ja, teilweise ehrenamtlich für, als Grafiker sozusagen, weil für mich ist das eine gute Gelegenheit, irgendwie politische Arbeit zu leisten in meinem Fachgebiet. Sehr schön, dass du das sagst. Das geht mir inhaltlich nämlich genauso. Ich finde das auch ganz toll. Und wir haben jetzt in Deutschland, auch gerade im Indie-Bereich, so eine Aktion, wo man sagen kann, doch viele der Comic-KünstlerInnen, die hier eben politisch aktiv sind, engagieren sich sehr proaktiv auch für die grünen und ökologischen Bewegungen, die es in Deutschland gibt. Wir haben ja demnächst unsere Bundestagswahl und da sind die Grünen gerade nicht mehr mit die stärkste Kraft und zählen aber, ja, keine Ahnung, es wird wohl auf eine rot-grüne Koalition hinauslaufen. Das ist bei uns so die Situation in Deutschland, aber vielleicht kannst du nochmal einen kurzen Abschweif dann auch zur Schweiz geben. Gibt es denn sowas wie eine Comicszene bei euch und in Luzern? Gibt es da einen Comic-Stammtisch, mit dem ihr viel macht? Erzähl mal, bist du da so ein bisschen verwurzelt und gibt es da vielleicht auch irgendwie eine, keine Ahnung, Bundestagswahl, die da jetzt am Ende des Raums steht? Ich glaube nicht wirklich. Also es gibt tatsächlich eine Szene. Ich würde sagen, ich bin nicht sehr aktiv außer Haus. Ich habe eben auch ein Kind bekommen, also meine Freundin natürlich. Und ja, ich bin kaum noch außer Haus momentan. Dann kommt noch die Corona-Krise dazu. Also im Moment ist das alles sehr, sehr eingefroren. Auch das Fumetto Comic Festival von Luzern ist jetzt auch ein, ja, beinahe zwei Jahre nicht viel mehr gelaufen. Ja, aber man sieht sich, man trifft sich. In Luzern ist die Illustratoren-Schule sozusagen der Schweiz und viele Comic-Zeichner zieht es magisch an, dieser Studiengang. Und die sammeln sich hier und viele bleiben dann auch für zumindest eine Weile in Luzern, bevor sie weiterziehen oder zurückziehen. Also Luzern ist schon eine, würde ich sagen, in der Schweiz eine Comic-Hochburg. Jetzt hast du selbst ganz viele Sachen in deinem Leben schon gemacht. Unter anderem ist mir natürlich aufgefallen, dass du Gründer und Mitherausgeber des Ampel-Magazins bist. Vielleicht magst du da nochmal einen kurzen Abschlenker? Ja. Na ja, mal kurz einen Ausschlenker machen. Erzähl doch mal, was ist das? Worum geht es da und wo kriege ich das Heft her? Das Ampel-Magazin haben wir zu dritt im Studium gegründet. Und wir wollten einfach eine Publikation machen, irgendwelche Publikation. Und das waren gesammelte Illustrationen am Anfang, ganz, ganz einfach produziert. Wir konnten uns das leisten, weil der Druckerautomat nicht mehr funktionierte und wir somit gratis produzieren konnten. Das war der Anfang von unserem Heft. Und wir haben das weitergezogen, nun über zehn Jahre. Und es hat sich schon bald zu einem Comic-Magazin entwickelt. Wir haben da auch mal den Max- und Moritz-Preis für die beste studentische Publikation gewonnen. Und inzwischen ist es ein, würde ich sagen, etabliertes Comic-Magazin. Und wir laden Leute ein und wir arbeiten mit denen zusammen. Also ich denke, das ist der Fakt, der unser Magazin auch auszeichnet. Wir machen keine Sammlungen, sondern wir zwingen die Leute, die bereit sind mitzumachen, mit uns zusammenzuarbeiten. Also das geht manchmal so weit, dass wir zusammen Storyboarding betreiben am selben Blatt. Es ist wirklich sehr intensive Zusammenarbeit, ist gefragt. Und das macht Spass. Und ich denke, wir haben auch einiges gelernt dadurch. Auch im Bereich Comic-Zeichnen und Zusammenarbeit sowieso. Ja, man kann das natürlich abonnieren. Es erscheint bloß einmal jährlich. Also es gibt, man kann ein Abo kaufen für drei Ausgaben. Und das bedeutet, man hat, für drei Jahre bekommt man das Ampel-Magazin. Das ist ein Anthologie-Magazin. Also da auch Texte drin. Erzähl doch mal ein bisschen vom Aufbau her. Oder ist das wirklich ganz klassisch Comic-Comic-Comic? Eigentlich ja. Es ist klassisch Comic-Comic. Aber wir versuchen immer auch neue Sachen auszuprobieren. Das heißt, das Format, das Papier, der Inhalt, das ist immer etwas völlig anderes. Also die letzte Ausgabe war ein Klatsch-Magazin, das sich auf Comic-Figuren oder sagen wir fiktive Figuren konzentriert. Also Klatsch über Donald Duck zum Beispiel. Zum Teil natürlich völlig unterste Schublade. Also wirklich Trash. Und das haben wir in die Form eines Hochglanz-Magazins gebracht. Und wir haben da etwa 15 Zeichnerinnen und Zeichner eingeladen. Also waren einige Leute. Und das Magazin davor war zum Thema Geschlechterrollen, würde ich mal sagen. Und das spielte an einer Hochzeit. Und wir haben, wie die Figuren vorgegeben, haben fünf weitere Leute eingeladen. Und wir haben mit denen eng zusammengearbeitet. Also es ändert sich der Inhalt, die Form und auch wirklich die Herangehensweise an sich ist unglaublich unterschiedlich zwischen den Magazinen. Wir hatten vor kurzem bei den Comic-Cookies ein weiterer Podcast, bei dem ich mit dabei bin. Das ist genau dieses Thema. Das ist der älteste deutschsprachige Comic-Podcast, den es unseres Wissens nach gibt. Also wir haben noch keinen gefunden, der älter ist und noch existiert. Und da haben wir vor kurzem das Sterben der Comic-Anthologien thematisiert. Denn in Deutschland, keine Ahnung, vielleicht wirst du Shazam kennen oder vielleicht kennst du auch War Comics bei Plan Plan Productions. Das sind so mit sehr nennenswerte und herausragende Comic-Anthologien. Die werden beide demnächst eingestellt. Und es freut mich doch wirklich sehr, jetzt gerade für mich das Ampel-Magazin entdeckt zu haben. Kann ich das hier in Deutschland auch kaufen? Du kannst es, wir werden es dir zuschicken natürlich. Na klar. Aber wir haben auch, wir haben mal begonnen, in Comic-Shops zu verkaufen. Aber ich denke, unser Magazin, das passt weder zum klassischen Comic-Leser noch zur Literatur. Oftmals ist es auch eher aufwendig produziert, vielleicht für eher bibliophile Leute noch. Also die Zielgruppe ist enorm spezifisch. Deshalb haben wir aufgehört, das Ganze in Comic-Läden aufzulegen. Aber natürlich schicken wir das auch nach Deutschland. Okay, cool. Und ich kann dir natürlich gerne ein paar Sachen zuschicken, wenn du möchtest. Gibt es das auch digital oder wird das vor allem analog auf Papier vertrieben? Nur analog auf Papier. Das hängt auch damit zusammen, dass wir selber gerne gedruckte Sachen mögen. Wir haben oft auch viel von Hand produziert. Es gibt einige Sachen mit Siebdrucken. Also es ist wirklich, es ist sehr aufwendig. Und unsere Auflage ist, das sind bloß 300 Stück. Aber das ist ziemlich an der Grenze des Machbaren, wenn man anfängt, selber noch Sachen zu produzieren. Auf jeden Fall. Das glaube ich gern, gerade wenn man das so nebenbei macht. Und ich hoffe, es wirft auch den einen oder anderen erfolgreichen Thaler ab, der sich auch hoffentlich, keine Ahnung, im Babyprei oder so wieder bemerkbar machen kann. Ja, eher weniger. Aber ich denke, das Ampelmagazin ist, wir können uns da austoben. Wir versuchen Fördergelder zu kriegen und können teilweise die Zeichner auch entlöhnen von nicht so gut bis ziemlich okay. Und das funktioniert ziemlich gut. Ich denke, es ist auch Werbung für unser Schaffen. Ich denke, es hilft auch, aktiv zu bleiben als Comiczeichner. Wenn man nicht gerade an einem Buch ist, kann man trotzdem produzieren irgendwie. Ja, für das ist es ganz schön. Andreas, dann lass doch mal zu deinen Publikationen kommen. Das sind ja hier, kann ich sehen auf der Webseite, insgesamt offensichtlich vier Stück. Davon habe ich zwei gelesen, nämlich die, die Richtung Comic gehen. Beide erschienen bei Edition Moderne. Odysseus hatte ich bereits vor einigen Jahren in der Hand und habe das damals rezensiert für eine Internetseite namens Geek Whisper. Und ich fand es, glaube ich, soweit ich mich erinnere, vor allem unterhaltsam. Und das ist für einen geschichtlichen Stoff ja auch nicht selbstverständlich. Aktuell erscheint dann auch noch Unvermögen, auf das wir natürlich heute im Detail auch zu sprechen kommen wollen. Aber vor allem erscheinen beide Comics bei Edition Moderne. Und auch da mal der Hinweis, wir hatten vor ganz kurzem den Claudio und die Julia, die beiden Verleger von Edition Moderne, zu einem ausführlichen Interview bei den Comic-Cookies zum Gespräch. Auch da solltet ihr unbedingt mal reinhören, wenn ihr wissen wollt, was da so bei Edition Moderne in Zürich so geht, was sie so verlegen und was da so für Leute sind. Da gab es ja auch diesen Wechsel von David Basler. Und der David Basler, der ursprünglich Verleger gewesen ist, das dürfte doch auch der gewesen sein, mit dem du ganz zu Beginn der Zusammenarbeit ja zusammengearbeitet hast, oder? Genau, das war, ich würde sagen, das erste Skript von Odysseus habe ich mit David rausgebracht. Genau, Julia und Claudio waren da, aber als es dann wirklich fix wurde, waren die schon mit an Bord. Julia hat die Buchgestaltung übernommen und ich habe mit ihr zusammen das Cover gemacht. Also die waren da schon dabei, aber wirklich erster Kontakt und auch Diskussionen über Odysseus und Änderungswünsche, das war mit David. Und das ist natürlich jetzt beim neuen Buch, war David, ich glaube, er ist als externer Berater noch immer, eigentlich immer noch aktiv, aber natürlich ohne Verantwortung. Genau, er muss nicht mehr, er kann. Genau, ich glaube, er macht das auch ganz gerne. Hast du damals so ganz klassisch Odysseus gepitcht oder warst schon fertig? Oder wie lief das damals an, wie waren so die ersten Schritte der Zusammenarbeit? Die Zusammenarbeit war damals, wie auch bei diesem, beim neuen Buch Unvermögen, war recht ähnlich. Die wollen einiges sehen, bevor sie eine Zusage machen, das heißt, die wollen ziemlich genaue Storyboards sehen und das bedeutet, dass enorm viel Vorarbeit eigentlich schon geleistet werden muss. Ich denke, je mehr Bücher, desto mehr vertrauen sie einem und wissen vielleicht auch deine Storyboards besser einzuschätzen. Das heißt, sie sehen die Bilder und wissen in etwa, worauf das hinauslaufen könnte. Aber man muss schon, man muss schon ziemlich viel schon Vorarbeit leisten, bevor da eine Entscheidung getroffen werden kann. Ja, und... Unter uns hört ja keiner, die sind doch bestimmt ganz cool, oder? Also ich habe nicht den Eindruck, als wären die auf den Kopf gefallen und total starr und so stockimarschmäßig, sondern als wären das einfach Leute, die wissen, wie das Medium funktioniert, mit dem man auch reden kann. Ist das so oder nicht? Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Mich hat beispielsweise, ja, ich habe nicht damit gerechnet, damit, dass sie meine Storyboards lesen können. Die sind nämlich, zu Beginn sind das Strichmännchen, wenn überhaupt. Also Kreis, Punkt, Punkt ist Gesicht und so weiter. Und das muss man auch noch lesen können. Ich meine, Comic lesen, da sind wir uns gewohnt. Und ich meine, das sind Verleger, die wissen, wie man Comics liest. Aber ein Storyboard lesen, wenn man selbst nicht Zeichner ist, das muss ich... Das hat mich tatsächlich beeindruckt, wie gut die damit umgehen können. Und das ist natürlich extrem angenehm, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, weil die verstehen das Medium auch schon in einem Anfangsstadium. Die machen dann auch, du hast jetzt vor einer Messe in Luzern gesprochen, zu der würden die dann auch mit euch fahren. Ihr werdet dann quasi bei denen mit am Stand. Oder wie läuft das? Das wird sich noch zeigen. In Luzern, das ist ein Comic-Festival. Die Messearbeit ist da nicht sehr intensiv. Also es ist nicht wie Erlangen beispielsweise. Das ja eigentlich eine große Messe ist mit vereinzelten Ausstellungen. Fumetto ist wirklich sehr konzentriert auf Ausstellungen. Aber ich nehme an, dass ich bei der nächsten Ausgabe des Fumetto werde ich wahrscheinlich vor Ort sein und signieren, das bestimmt. Ich war auch schon in Erlangen mit Edition Moderne, was auch sehr interessant war. Aber in der Schweiz gibt es diese... Eine Comic-Messe wie in Erlangen gibt es in der Schweiz nicht. Verstehe. Ja, und offensichtlich lief das damals mit Odysseus ziemlich gut, denn es kam auch so weit, dass dein neuster Comic dann bei Edition Moderne veröffentlicht wurde. Und ich kann dir noch mal kurz erzählen, wie ich eigentlich dann damals auf Unvermögen überhaupt gekommen bin. Ich bin einfach quasi vor ein paar Wochen durch die deutschsprachigen Comic-Verlage und deren Kataloge so durchgegangen. Habe dann irgendwann gesehen, dass da Unvermögen erscheint und mich aus ganz vielen Gründen darauf gefreut. Ich mochte das Dystopische, das ja Fantastische und generell auch die komplette Artwork-Geschichte und freue mich deswegen sehr, dass hier und jetzt auch dieses Gespräch so zustande gekommen ist. Aber lieber Andreas, vielleicht magst du uns mal erzählen, was ist eigentlich Unvermögen? Worum geht's? Was zeichnet den Comic aus? Unvermögen ist eine Geschichte von einem Mädchen, die gerne ihre Mama suchen möchte. Die Geschichte handelt an verschiedenen Schauplätzen auf der Erde im Jahre, ich glaube, 2221. Die ganze Welt ist unter Wasser, die Meeresspiegel sind gestiegen und einige ganz wenige Orte sind bewohnbar. Die haben sich zu riesigen Türmen, aufgebaute Städte haben sich da die Leute zurückgezogen. Und das Mädchen wird, Ali, wird begleitet von einer künstlichen Intelligenz. Die hat wie Ali auch seine Einschränkungen. Die sind bei der künstlichen Intelligenz natürlich einprogrammiert. Ali hat ihre eigenen Schranken, ihr eigenes Unvermögen, gewisse Dinge zu machen, weil es halt noch ein Kind ist. Und ja, unter diesen Einschränkungen leiden alle in dieser Welt. Alle haben ihre eigenen Probleme, wie wir auch. Wir haben unsere Einschränkungen und die gilt es zu überwinden. In Unvermögen steckt ganz viel drin. Also das ist was, ich habe da ganz viele Metathemen entdeckt, auch Dinge, die mich sehr interessieren. Ein paar habe ich mir notiert und die werden wir vielleicht auch mal ansprechen, wo du selbst entscheiden musst, wie viel Interpretationsspielraum du gegebenenfalls da auch hergeben möchtest. Aber erzähl doch mal, was waren so deine Intentionen? Wie kam es zu Unvermögen? Ich glaube, ursprünglich stand der Gedanke im Intro der Geschichte. Also das beginnt ja mit minus 13, beginnt die Geschichte und endet erstmals im ersten Kapitel mit der Seitenzahl 1. Und ich denke, dieses Intro beschreibt ganz gut und der Ursprung zu dieser Geschichte, die ich gerne erzählen wollte. Und schlussendlich kann man das ziemlich gut runterbrechen auf die Frage nach einem freien Willen. Wie viel haben wir davon wirklich? Wie viel ist vorgegeben? Also ich behaupte auch in diesem Intro, dass es ein Schicksal gibt. Kein göttliches, sondern vielmehr ein atomares Schicksal. Und das war der Beginn dieser Geschichte. Also es ist nicht nur der Beginn vom Unvermögen im Comic, sondern auch, wie ich drauf gekommen bin, was ich gerne machen möchte. Man kann ja ein bisschen was schon sagen. Also insbesondere die Beschreibung auf der Website von Edition Moderne gibt schon viel her. Ein zentraler Punkt, wo du sagst, es gibt ein Schicksal, also die Kurzfassung ist, es gibt ja so ein technisches Schicksal, wenn man so möchte. Also angeblich wäre die Zukunft aufgrund von Algorithmen komplett bis ins kleinste Detail, wenn man so will, vorhersehbar. Man bräucht halt nur die richtige Rechenpower dazu. Und das Ganze ist ja auch wirklich sehr dystopisch, geht ja in Teilen sogar schon ein bisschen Richtung ja, diktatorische Züge, die die Menschheit dann irgendwie angenommen hat oder der verbliebene Rest der Menschheit, der sich eben auf diese Berge, hattest du es genannt, zurückgezogen hat. Und ist das jetzt, also ich mach mal, zum einen ist das Bergding ja absolut voll und ganz Schweiz. Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Ey, wenn die Meeresspiegel steigen, dann seid ihr in der Schweiz ja schon so, also schon ganz mit weit vorn, was darum geht, wenn es darum geht, so eine letzte Hochburg noch zu schaffen. War das Absicht? Nein, vielleicht ist das mein automatisches Denken als Schweizer. Aber die Geschichte beginnt tatsächlich in der Schweiz. Aber sie endet in Abidjan und Abidjan ist die Hauptstadt der Elfenbeiküste und diese ist an der Küste selbst, also kein Bergland. Und die haben begonnen, Mauern aufzuziehen, immer höher und immer höher und haben darin ihre Türme gebaut. Aber ich denke, du hast rausgefunden, wie mein Denken vielleicht funktioniert. Ja, als Bergbewohner sozusagen. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja in einem kurzen Tweet schon geschrieben, dass ich das Lesen des Comics, das ging so, also ich bin immer kurz versucht, dann so Seite zu Seite zu Seite zu skippen, aber ich konnte das hier bei dem Comic einfach nicht, weil hier so viele Details drin sind. Das ist wirklich sehr detailverliebt. Wie lange hast du da eigentlich dran gearbeitet? Ich habe gerade eben mit einer Kollegin diskutiert. Wir haben versucht, ein Budget zu schreiben und haben überlegt, wie lange wir eigentlich haben, weil ich setze mich da ja nicht Montagmorgen hin und Freitagabend höre ich auf damit, sondern es läuft ja relativ parallel zu meiner sonstigen Arbeit und deshalb ist es enorm schwierig einzuschätzen, wie lange ich wirklich habe. Ich kann dir sagen, wie lange die Umsetzung gedauert hat. Und zwar, ich denke, ich habe zwei Seiten gezeichnet pro Tag, aber mit Storyboarding ist dann natürlich weggerechnet, auch die Vorzeichnung ist weggerechnet. Ich denke, eine Doppelseite habe ich geschafft pro Tag und das Ganze zu kolorieren hat dann nochmals einen Tag gedauert. Ich würde behaupten, dass ich ein Jahr gebraucht habe für dieses Buch, aber es ist enorm schwierig einzuschätzen. Auf jeden Fall gerade, du sagst dir selber, es ist ja mehr als das reine Zeichnen und Kolorieren der finalen Seiten, sondern ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel auch die Frage, keine Ahnung, Architektur und Architekturplanung hier auch einfach eine wesentliche Rolle gespielt hat. Sehr viele, wenn nicht gar die meisten Szenen, spielen ja in diesen großen Städten. Das heißt also, wir sehen Alltägliches, wir sehen Menschen beim Einkaufen, wir sehen Menschen beim Essen und bei sonst was für Dingen. Und da sehen wir natürlich auch ganz viel Architektur im Hintergrund. Und allein das, und hier gibt es natürlich einfach offensichtliche Parallelen zu, meinetwegen Blade Runner und auch ähnlichen Science-Fiction-Geschichten mit einem Dystopie-Einschlag, da ist aber bestimmt auch wahnsinnig viel Recherchearbeit so in diese Sachen geflossen. Oder geht dir das so einfach aus der Hand? Ja, natürlich ist viel Recherchearbeit darin enthalten. Aber ich denke, es geht, wenn man anfängt zu zeichnen, kommt automatisch was. Man muss jeden Millimeter entscheiden, wo man weiterzeichnet. Und irgendwie ging das dann doch recht gut. Aber natürlich habe ich viel Bildmaterial zur Seite geschafft über Jahre für den Augenblick des Reihenzeichnens. Und ich habe auch, ja zum Beispiel war eine Ausstellung von Seed Meat in Kriens. Also einer, der viel Design für Blade Runner geschaffen hat. Und solche Sachen gehe ich mir dann natürlich anschauen. Das waren also ganz offensichtlich offenkundige, finde ich sagen, Vorlagen, aber Inspirationen auf jeden Fall auch für dich, oder? Unbedingt. Also es hat zum Teil ganz klare Zitate auch drin. Und es freut mich natürlich, wenn der Leser bei den Seiten stehen bleiben muss und die Sachen ansieht, weil ich habe natürlich, eben, weil man jeden Millimeter entscheiden muss, weil man nicht einfach eine, weil man nicht wirklich, als Zeichner nicht wirklich eine Fläche reinbauen kann, muss man alles entscheiden. Und da, da fließen natürlich unglaublich viele Details rein und auch viele Zitate. Gerade Blade Runner ist, würde ich sagen, ziemlich prominent vertreten auf einigen Seiten. Und das macht natürlich Spaß. Und ich denke, man soll seine, seine Helden zitieren. Warum die Perspektive eines kleinen, jungen Mädchens, das vielleicht so ein bisschen verloren ist, auch in dieser großen, kalten Welt? Ich habe, ich habe mich da, also, wieso es ein Mädchen ist oder wieso es ein Kind ist? Warum es ein Kind ist, das Geschlecht, glaube ich, spielt ja keine Rolle. Es ist ein Kind, weil, weil Kinder haben ihre, schlussendlich geht es um, um die Schranken, die wir alle haben. Und alle haben andere Schranken. Ganz offensichtlich ist die Schranke bei Rob, der künstlichen Intelligenz, weil die ist da einprogrammiert. Aber auch, dass ein Kind hat auch Schranken. Und zwar ganz andere Schranken als wir Erwachsenen. Ich meine, ein Kind kann, wir haben die Schranke, dass wir nicht nackt rumrennen in der Öffentlichkeit. Das ist eingebaut. Und wir fühlen uns, die meisten Leute fühlen sich ziemlich unwohl dabei. Da ist wie eine Schranke in unserem Gehirn, das sagt, das geht nicht. Und Kinder haben ganz andere Schranken. Ich meine, die haben logische Schranken vielleicht noch mehr als wir. Sie haben gewisse Fähigkeiten nicht. Sie haben im Gegensatz zu uns körperliche Einschränkungen sozusagen, weil sie klein sind. Und mich hat das gereizt, ein Kind sagt, was es denkt. ein Kind macht, was es machen möchte. Das sind die Schranken ganz andere. Und das ist der Punkt, den ich thematisieren wollte mit dieser Figur. Das gibt natürlich eine ganz andere Emotionalität, die ja auch super funktioniert. Und gerade so diese Suche nach der eigenen Mutter, die kann man auch so ein bisschen interpretieren als eine Art Sinnsuche, die man vielleicht auch hat. Gerade dann am Ende des Comics, wo dann sehr deutlich wird, dass sie jetzt gesucht wird und was für Wege sie gehen und welche Stationen sie abklappern, um eben die Mutter zu finden und so. Ist diese Suche nach einem Sinn auch was, was dich umtreibt? Ja, klar. Ja, natürlich. Und ich denke auch, wenn die von mir dargelegte, ja, würde ich mal sagen, Philosophie oder diese Behauptung, dass es ein Schicksal gibt, das ist ja ziemlich deprimierend eigentlich. Ja. Wenn man weiß, dass man nicht nur sein Schicksal nicht selbst in den Händen hält, sondern dass man es geht ja einher mit der Behauptung, dass der freie Wille eine Illusion ist. Es ist keine neue Behauptung, aber vielleicht in diesem Kontext doch ziemlich ja, heftig. Ja. Und ich denke, es ist keine Philosophie, nachdem man leben möchte, weil, wie gesagt, es hilft nicht bei der Sinnsuche. Ich denke, man muss akzeptieren, dass wir unsere Einschränkungen haben und ich denke, dass man seinen, den Sinn und den Wert seines eigenen Lebens selber finden kann. Ein bisschen übertrieben oder überspitzt formuliert ist es ja auch eine ganz fatalistische Einstellung, diese Erkenntnis, die man letztlich hat, dass der freie Wille relativ ist, wir uns auf gewissen Bahnen bewegen und diese Überzeugung oder diese Ansicht ist natürlich auch eine, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt seinem Nachwuchs mitgeben muss. Also vielleicht auch mal von mir gesprochen, bevor ich die Frage auf dich zurückspiegel, seitdem ich eben Nachwuchs habe, denke ich natürlich über Dinge anders nach und da bin ich auch nicht die erste Person auf der Welt, die das tut und habe natürlich auch ein eher langfristigeres Generationen übergreifenderes Konzept vom Leben einfach. Kann es sein, dass bei dir auch der Nachwuchs und der Gedankengang über die Zukunft deines Nachwuchses da auch eine Rolle gespielt hat? In diesem Moment nicht wirklich, weil ich habe das meiste zum Glück zu Ende gebracht, bevor mein Sohn zur Welt gekommen ist, weil danach, ich wusste, danach ist nicht mehr viel Zeit. Aber ich meine, schlussendlich ist das, wie du gesagt hast, du hast mich nach der Sinnsuche gefragt, ich meine, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ein Kind verstärkt das wahrscheinlich umso mehr oder fasziniert vielleicht auch gewissermaßen, aber die Sinnsuche, ja, schwierig zu sagen. Ja, da werden wir wahrscheinlich auch gar nicht die Antwort jetzt hier finden können, weil wir eben beide nicht so die größten Philosophen der Welt sind, aber wir haben auf jeden Fall Ideen und Gedankengänge dazu, die du hier auch in Bildern ja formulierst, in deinem Comic-Unvermögen und kann man deinen Comic oder sollte man deinen Comic vielleicht auch ein bisschen als eine Parabel auf eben ja tatsächlich aktuelle Geschehnisse auch im ökologischen Sinne begreifen, vielleicht auch als eine Art Warnung verstehen, im Sinne von jetzt kriegt aber mal den Arsch hoch und sorgt dafür, dass wir nicht im Berg leben müssen? Ja, klar, also ich habe natürlich sehr bewusst ein Szenario ausgesucht, dass sich viele Leute heutzutage vorstellen können, aber ich denke, auch das ist weder neu noch stark thematisiert, ich finde es schön, wenn das im Hintergrund mitschwingt, es gibt auch es gibt auch Werbungen, wenn man die Bilder anschaut, die dann wirklich in der Großstadt handeln, da gibt es Werbungen von Ölfirmen, die sagen, we try to fix it, also es ist tatsächlich, der Schauplatz ist eine, symbolisch für die Probleme, die wir, die wir heute haben und, aber ich hoffe, dass es nicht zu sehr, ich möchte damit nicht nerven, das ist mir ganz wichtig. Tust du wirklich nicht, es ist natürlich ein Aspekt, den man sieht, wenn man ihn sehen will und wenn man ihn nicht sehen will, könnte man ihn ausblenden, aber würde ich gar nicht wollen, er steht nicht im Zentrum deiner Geschichte, diese, denke ich mal, moralischen Aspekte mit reinzubringen. Ich habe hier gerade eine Seite, Seite 26 ist es dann vor mir, da sehen wir dann auch so einen Graffiti auf einer Brücke, Congrats, you've won Capitalism und im Hintergrund siehst du einen LKW von Coop, das ist so eine Art Supermarkt bei euch in der Schweiz, also kennt man zum Beispiel, oder unten auch irgendwelche, einfach Müllberge und so, die sich angesammelt haben, also offensichtlich der Kapitalismus und endlich und vor allem auch das, was man mit dem erreichen kann und sollte, endlich, ganz cool, ein Thema, das mir auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, wenn wir die Protagonistinnen dabei beobachten, wie sie durch die Stadt laufen, durch die, ja die sehr urban ist, die ganz viele Details hat, über Treppen und über Winkel und hast du nicht gesehen und Leitern und so, ist das Thema Essen, ja, also was essen die Leute eigentlich, was trinkt man eigentlich, wenn es keine Tiere mehr gibt und so, wie viel Arbeit oder welche Absichten hast du damit gehabt, war das schwierig da, sich da Gedanken drum zu machen, also ich habe mir noch nie Gedanken drum gemacht, was ich eigentlich esse, wenn ich mein Gemüse, würde in der Stadt auch nicht so viel wachsen. natürlich, wie gesagt, wenn man es zeigen muss, ist man automatisch gezwungen, sich Gedanken dazu zu machen. Ich fand, ich fand das Thema wichtig zu zeigen, weil man damit automatisch auch zeigt, dass gelebt wird und ich möchte das Ganze nicht nur dystopisch halten, ich denke, die Leute könnten zufrieden sein in einer solchen Zukunft und Essen ist ja was Sinnliches und Schönes und Was Menschliches vor allem. Genau, das möchte ich schon betonen und ich denke, das gibt es dem ganzen Leben, wenn man sieht, wie die Leute essen, wie die Leute kochen, wie die Leute verkaufen und kaufen, in einem Wirrwarr von Sprachen sich verständigen müssen und natürlich habe ich mir Gedanken dazu gemacht, es wird natürlich sehr viel, werden Meeresfrüchte gegessen, weil diese Tiere leben ja noch und Pilze und natürlich Pflanzen. Es gibt ein einziges Mal kommt als kleiner Scherz kommt ein Säugetier vor, das habe ich mir erlaubt auf einer Seite, aber sonst ist es ziemlich konsequent durchgezogen. Eine Sache zum Ende würde ich gerne fragen wollen, da werde ich nichts spoilern, aber man kann schon sagen, dass es verhältnismäßig abrupt endet, dein Comic und da noch eine ganze Menge Fragen sind, die ich gerne beantwortet hätte, deutet es darauf hin, dass es durchaus Chancen für einen zweiten, wenn nicht sogar dritten Teil gibt? Aus meiner Sicht schon. Keine Ahnung, was der Verlag dazu sagen geht. Also wirklich, ich würde auf jeden Fall sehr gerne sehr viel mehr lesen und ich würde mich freuen, wenn es da draußen auch eine Menge Menschen gibt, die das Interesse und die Begeisterung für deinen Comic teilen würden. Ich habe gesehen, es gibt auch eine Ausstellung bei euch in Luzern zum Comic, stimmt das? Genau, am 18. September, also am Samstag in einer Woche, werde ich eine Vernissage abhalten und da auch Originale verkaufen. Ich meine, es sind handgezeichnete und handkolorierte Originale. Das funktioniert manchmal, um da etwas auch noch verkaufen zu können, weil gerne möchte ich das Ganze noch etwas breiter finanziert haben und da eignen sich die Originale prächtig dazu. Ja, und es gibt eine kleine Ausstellung, wo ich einiges an Originalen zeigen werde. Das ist auf jeden Fall was, was in einem gewissen Rahmen wegfällt, wenn man nur digital zeichnet, wenn man eben keine Originale hat, die man verkaufen kann. Genau. Also du hattest ja auch schon gemeint, dass hier ist komplett in Handarbeit entstanden, die ganzen Seiten und dann hat das irgendwer, du wahrscheinlich, keine Ahnung, eingescannt und dann wurde da nach einem Layout irgendwann das Buch draus, richtig? Ja, in etwa, ja. Okay, hattest du irgendwie Auswahlmöglichkeiten, was so das Buchdesign generell angeht? Keine Ahnung, Papierstärke, Art und Weise des Covers und hattest du da irgendwie Einfluss drauf oder hat das der Verlag für dich gemacht? Ich hatte tatsächlich Einfluss drauf. Ich denke, das Papier, mir ist das Papier sehr wichtig. Ich bin froh, haben wir da ein Papier genommen, das sich nett anfühlt, um zu blättern. Ich hatte natürlich auch Einfluss auf die Buchgestaltung allgemein. Ich konnte Rückmeldungen geben, aber das Design, würde ich mal sagen, hat Claudio vom Verlag übernommen und ich finde es unglaublich schön. Man sieht, dass er ein Grafiker ist, der weiß, was er tut. Ja. Ja. Gab es denn auf inhaltlicher Basis irgendwelche, sage ich mal, Feedback-Schleifen vom Verlag, sowas wie, oh, hier solltest du vielleicht mal noch ein Panel einfügen und Dinge erklären, hier solltest du vielleicht mal eine Sprechblase anders formulieren. Gab es in der Richtung was oder vielleicht sogar noch deutlichere Einschnitte? Es gab sehr deutliche Einschnitte. Ich habe noch nie so gearbeitet wie bei diesem Buch. Wir haben das Storyboard zu zweit, da bin ich das mit Claudio durchgegangen und wir haben da wirklich intensiv diskutiert und daran gearbeitet. Ich denke, ich bin da nicht sehr eitel. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sich da gar nicht reinreden möchten, aber das war eine unglaublich bereichernde Zusammenarbeit mit dem Verlag. Auch inhaltliche Vorgaben, die haben nie gesagt, dass sich etwas ändern muss, aber wenn man darüber diskutiert und man merkt, ja, das hat was. Kannst du ein Beispiel geben, was wir verstehen können, wenn wir das Buch gelesen haben? Eigentlich Figuren, die ausgetauscht wurden oder den Charakter geändert wurden, Szenen, die rausgestrichen wurden, also wirklich ganze, beinahe Kapitel, die rausfielen. Ja, und ich würde dann sagen, die feinen Änderungen, also wirklich, möchtest du dieses Panel nicht anders machen oder diese Sprechblase könnte man auch, den Text könnte man auch anders formulieren, dass man dann mit, in Zusammenarbeit mit der Lektorin, Wiebke Helmchen und ja, das war auch eine sehr gute Zusammenarbeit, auch sehr intensiv, die hat das äusserst genau gemacht und da waren dann eher die Details gefragt. Da hat sich der Verlag völlig rausgehalten. Das Gesamtkonzept ist das, was ich jetzt kenne, das Gesamtwerk ist das, was ich jetzt kenne und das macht auf jeden Fall viel Spaß, wirkt auch wie aus einem Guss, hat für mich persönlich nur wirklich relativ abrupt geendet, aber das ist okay, weil ich habe jetzt Bock auf mehr und das ist ja Sinn und Zweck von dem Ganzen. Sehr schön. Ja, dann wären das jetzt, glaube ich, meine Punkte zum Comic selbst, außer es gibt noch Sachen, die du uns mitteilen möchtest, wo du denkst, das sollten wir als Lesende vielleicht vorher wissen. Ich denke nicht. Ich denke, man kann da ziemlich gut reintauchen, denke ich und ich hoffe, es macht Spaß. Das unterstreiche ich doppelt. Also das tut es auf jeden Fall. Dann habe ich zum Ende meiner Interviews immer zwei Standardfragen, wobei wir die eine schon so ein bisschen angerissen haben, nämlich die Frage des Digitalen. Du hattest jetzt gemeint, dass du sehr ein haptischer Mensch bist, dass das insbesondere das Lesen von Comics für dich bei deinem Magazin eine Rolle spielt. Auch jetzt hier bei dem Comic hast du das Papier beispielsweise ausgewählt, weil es dir besonders gut griffig, glaube ich, hattest du genannt, funktionierte. Und jetzt habe ich das ganze Werk vorab digital bekommen und auf meinem Tablet gelesen hier, 10 Zoll. Und das macht auch Spaß. Das funktioniert super, aber das ist unter Umständen eben nicht die Art und Weise des Konsums, die du dir als kreative Person vorgestellt hast. Vielleicht willst du ja, dass die Leute das unbedingt in der Hand haben, weil sie dann nur dann das Gefühl und das Erlebnis so haben, wie du es dir vorstellst. Dann mal andersrum gefragt, könntest du dir auch vorstellen, dass das digital funktioniert? Ich denke ja. Ich denke ja, das kann funktionieren. Aber ich, es ist ein Thema, das ich mir in letzter Zeit immer mehr überlege, wie man auch noch Publikum erreichen könnte. Und digitale Comics wäre bestimmt ein guter Schlüssel dazu. Ich glaube aber, man sollte aufhören mit dieser klassischen Doppelseite und den aneinandergereihten Panels, bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, es sollte Bild für Bild sein. So könnte ich mir das vorstellen, dass man unvermögend lesen kann. Ich denke, es funktioniert schlecht mit Doppelseiten. Das Blättern fällt weg, das Papier fällt weg. Ich denke, es ist alles unnötig. Ja, dieser Moment der Splashpage, wenn du die Seite aufklappst und du hast dann da dieses Riesenbild von meinetwegen einem Stadtszenario oder einer Nahaufnahme von einer Crowded-Situation, also wo viele Menschen da sind. Ich denke, das würde anders wirken, gerade wenn plötzlich die kleinen Bilder und großen Bilder alle gleich groß sind. Ja, ja, vielleicht. Ich denke, es ist eine wirklich gute Frage, weil ich behaupte mal, das ist ein großer Teil der Zukunft des Comics, weil natürlich, es gibt immer noch viele Leute, die gerne ein solches Buch als Objekt auch besitzen möchten. Aber ich denke, wenn du wirklich Leute erreichen willst, viele Leute, die deine Geschichten lesen möchten, dann muss es mit Webcomics sein. Und die Form, die ich gerne lesen möchte als Webcomic, habe ich bisher noch nicht so entdeckt. Ja, da gibt es viele Ansätze und da haben wir uns hier beim Tele-Standtisch auch schon mal länger darüber unterhalten. Ich hatte hochkarätige Gäste aus dem Webcomic-Bereich hier in einem Talk und da guckt man halt im Feed, da findet ihr auch wirklich eine schöne Runde dazu. Ich will, dass ich es weit auswählen. Das ist ganz toll. Hört mal rein. Das heißt also auch selbst, wenn du mal Comics liest, worauf jetzt das kommt oder kam überhaupt mal vor, dann waren die vermutlich auch immer analog und nicht digital, oder? Ich habe unglaublich viele Comics zu Hause und also ich bin selbst ein großer Fan natürlich und habe auch meine Vorbilder und das sind schon, insbesondere wenn die Bücher schön gestaltet sind, das ist etwas, das ich haben möchte in meinen Büchern gestalten. Mir ist das wichtig und das Blättern und ja, ich weiß nicht, wie viel es auch mit Erinnerungen als Kind zu tun hat, aber ich mag das. Ich brauche das, um zu lesen. Das geht glaube ich vielen so und da sind wir auch genau in dem Moment, wo ich meine letzte Frage stellen kann, nämlich die nach popkulturellen Empfehlungen. Wenn du sagst, dass du selbst einiges an Comics gelesen hast, hast du da unter Umständen eine Empfehlung für uns. Vielleicht gibt es eine Serie, die du gerade geschaut hast, einen Film, einen Podcast, eine Oper oder keine Ahnung, ein Schauspiel der Leingruppe in Luzern. Erzähl doch mal, was gibt es denn aktuell von deiner Seite aus an Empfehlungen? Das, hm. Sehr unvorbereitet, ich weiß, so bin ich. Ja, dann würde ich am liebsten Comics verwalten. mit Donchon. Ich denke, die haben auch immer wieder Einfluss auf meine Art, Geschichten zu erzählen, auch ihre Herangehensweise, eine gewisse Uneitelkeit mit Figuren, also Donchon, äußerst populär. Ich mag es sehr. Super gut. Und das hörst du beim Arbeiten eigentlich schon Podcast oder Musik oder so? Ich höre Musik und ich höre immer gezielt Musik zu den Arbeiten, die ich mache. Also ich hatte eine Playlist für dieses Unvermögen. Und zwar war das, ich habe eigentlich bloß Synthwave gehört. Dazu. Vielleicht ist es also auch der Soundtrack, den man hören kann, wenn man das liest. Genau. Dann würde es super gut passen. Ja, sehr. Ja, lieber Andreas, Mensch, vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über dich und deine Arbeit zu sprechen. Ich habe viel gelernt und bin auch sehr, wie gesagt, sehr angetan. Empfehle allen Hörenden da draußen, nicht nur deine Arbeiten zu lesen und zu kaufen, sondern eben auch mal in die Shownotes zu gucken, denn dort gibt es Links zu dir und deiner Website und deiner Social Media Geschichte auf Instagram, sodass man da auf jeden Fall auch mal Kontakt zu dir aufnehmen kann. Sicher, perfekt. Andreas, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne auch persönlich bei irgendeiner Messe oder bei einer Con, keine Ahnung. Hau rein, ciao. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zurück hier zum zweiten Teil dieser Ausgabe des Tele-Stammtischs und auch jetzt habe ich wieder, wie bereits angekündigt, jemanden am Start, mit dem ich mich über Kunst unterhalten möchte, denn er ist Künstler, er ist Comic-Künstler und veröffentlicht ganz aktuell was beim Reprodukt Verlag mit dem Titel Parallel. Ich konnte es vorab, vor einigen Wochen schon lesen und freue mich sehr, dass er heute am Start ist. Wie bin ich überhaupt auf ihn gekommen? Ich habe vor einigen Wochen, genau wie ich das beim Andreas auch schon getan hatte, einfach mal durch die aktuellen Kataloge geblättert und dann den ein oder anderen Kontakt hergestellt, auch mit den jeweiligen PressevertreterInnen der jeweiligen Verlage und muss sagen, dass mich hier der Pressevertreter lieben Gruß an der Stelle an Philipp Kolek von Reprodukt auch mal darauf hingewiesen hat, dass das, was wir hier gerade besprechen wollen, so ein bisschen Marketing und PR-Schwerpunkt bei Reprodukt sein soll und ich sage es mal so, es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ich freue mich sehr, dass Comic-Künstler und Illustrator Matthias Lehmann heute am Start ist. Moinsen. Ja, hi. Grüß dich. Hi. Wer sich im Internet ein bisschen rumtummelt und gelegentlich mal Comic-Podcasts hört, der hat auch schon mitbekommen, dass du vor kurzem erst bei den Kollegen von der Comic-Invasion auch zu Gast gewesen bist, richtig? Genau, da habe ich auch schon einen Podcast gemacht mit den beiden zusammen. Wer da also unbedingt mal reinholen möchte, was ich sehr empfehlen kann, sollte das unbedingt tun. Wir werden auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber wahrscheinlich noch ein paar andere Details und Schwerpunkte auch heute legen. Insofern hört ihr nicht so viel doppelt. Ich kann aber trotzdem schon mal die Frage einstreuen. Sag mal, Comic-Invasion, die in Berlin, die war ja auch teilweise vor Ort und natürlich auch vieles im Netz. Warst du da? Ich war tatsächlich dort, ja. Berichte doch mal, wie war es denn? Ja, total cool. Also, muss man einfach ein Kompliment an die Veranstalter machen. Die haben extrem viel gemacht, dass da eben einfach Publikum aufgetaucht ist und trotz der etwas schwierigeren Bedingungen eben durch diese 3G-Regelung sich trotzdem Tickets gekauft haben beziehungsweise sich so Zeitfenster gemietet haben, weil die Comic-Invasion ja kostenlos ist und sind da hingegangen und Samstag war es schon sehr voll und Sonntag waren tatsächlich auch alle Tickets weg und ja, war total cool. Von dem digitalen Programm habe ich dann gar nicht so viel mitbekommen. Also, wenn man da selber vor Ort ist, dann ja, sitzt man am Stand. Das heißt also, da waren auch echt Menschen, die die Dinge abgekauft haben, ne? Ja, tatsächlich. Und wie lief das so? Also, ich meine, das muss man ja auch immer alles mal Corona hin oder her, aber wenn dann das sehr interessierte Comic-Volk kommt, dann lief es vermutlich gar nicht schlecht. Erzähl mal. Ne, also, Comic-Invasion gibt es ja schon seit ein paar Jahren nun mittlerweile und das war eigentlich, seitdem ich teilgenommen habe, immer ein super Festival, also auch was den Verkauf angeht und genau, es kommen halt Leute extra wegen Comics dorthin und es ist halt auch so ein bisschen, klar, sind Verlage da, also Reprodukt war da dieses Jahr und der Jaya-Verlag, aber ansonsten bildet es eigentlich auch ganz schön so ein bisschen die Underground-Szene ab und das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Leider habe ich es noch nie geschafft, da mal hinzugehen, ich habe da mega Bock drauf, bin natürlich zeitlich gerade ein bisschen eingespannt, aber das klingt auch so, als wäre das jetzt nicht nur so die Berliner-Comic-Szene, sondern du selbst bist ja Leipziger, so ein bisschen bundesweiter, stimmt das? Mittlerweile ja, also das ist gestartet als Berliner Festival und da war das als Auswärtiger, wie ich das ja nun mal bin, schwieriger da am Platz zu bekommen, hat eben manchmal geklappt, manchmal hat es eben auch nicht geklappt, wenn eben sehr viele Berliner Künstlerinnen sich da angemeldet haben, aber mittlerweile haben sie es auf jeden Fall auch einfach geöffnet, so dass jeder da hinkommen kann und macht das natürlich ein bisschen einfacher für Leute, die eben nicht aus Berlin sind. Cool, erzähl mal so ein bisschen aus dem Nickkästchen, also trinkt man dann abends noch einen oder macht da jeder eher so sein Ding? Also das kann ich nicht beurteilen, also ich habe mein Ding gemacht, ich war froh, dass ich mal so eine Nacht schlafen konnte und genau, bin eigentlich danach ziemlich schnell in mein Zimmerchen gegangen und ja, um wieder fit zu sein für den nächsten Tag, da ich auch den Stand alleine gemacht habe diesmal und das ist ja dann auch ein bisschen anstrengend, da acht Stunden lang zu sitzen und ja. Auf jeden Fall und dich hat es da hingetrieben, weil du eben Comic-Künstler bist, man kann sich von dir auch ein paar Sachen anschauen, unter anderem deinen wirklich sehr gut gepflegten Instagram-Account, den du auch da wirklich, also eben pflegst, man kann sich da einen sehr guten Eindruck von deinem Artwork machen und von den Dingen, die du schon in den letzten Jahren so produziert hast und ich habe mal ein bisschen versucht drauf zu achten und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ich hatte bevor ich parallel gelesen habe, schon zweimal Kontakt mit dir und deiner Arbeit. Zum einen, weil ich dich hin und wieder schon in Jazam gelesen habe. Wie kamst du dazu? Wie ist deine Zusammenarbeit mit Jazam entstanden? Also der Anthologie, der Comic-Anthologie, falls es jemand da draußen noch nicht kennen sollte. Genau, eine der wichtigsten Comic-Anthologien, würde ich sogar sagen, der letzten Jahre. Naja, wenn man Comics macht, so für sich erst mal noch, dann fängt man halt irgendwann an zu schauen, was der nächste Schritt sein könnte und dann bin ich relativ schnell auf Jazam gestoßen und selbst dann habe ich noch nicht direkt da mitgemacht. Einfach, ja, weil man erst mal so ein Gefühl entwickeln muss, ist das schon gut genug, was man macht? Kann man das überhaupt schon da hinschicken und so? Und irgendwann war ich dann auf so einem Stand, dass ich mich das getraut habe und dann habe ich eigentlich auch regelmäßig teilgenommen über ein paar Jahre hinweg. Und da auch, glaube ich, echt eine Menge gute Sachen produziert. Also da war doch, war eines dieser Beiträge denn auch der Beitrag, wo du beim Ginko Award gewonnen hattest oder was gewonnen hattest? Genau, das war im Prinzip, glaube ich, sogar mein letzter Beitrag. Da war das Thema Gruselcomics gewünscht und eher für ein jüngeres Publikum und genau und mit diesem Comic, den ich dann für das Jazam gemacht habe, habe ich damals mich auch beim Ginko Award beworben und genau und dann den Preis für die beste, für den besten Kurzcomic bekommen. Fantastisch, denn genau bei dieser Preisverleihung war ich tatsächlich nämlich auch anwesend und ich gehe hier gerade die ganze Zeit durch meine ewig lange Bildergalerie, weil ich glaube, ich habe ein Foto von dir. Ich finde es gerade. Ja geil, auch wenn es ein bisschen spät ist, jetzt nochmal auch zum letzten Ginko Award dann quasi herzlichen Glückwunsch und so. Verdient hast du das, verdient. Ja nice und dann warst du da also offensichtlich auch, also bist du einfach mega viel unterwegs gewesen, hast jetzt auch nach Stuttgart dann eben auch die Comic Invasion wieder wahrgenommen. Das heißt also, du bist so ein Vor-Ort-Künstler, so einer, den man auch live treffen kann und der vielleicht auch mal eine Commission macht oder so, richtig? Ja, ja, also ich mag das schon sehr gerne eigentlich auf Festivals zu gehen, also auch als Besucher eigentlich. Also ich finde es halt total toll, was man da immer entdecken kann. Deswegen kann ich halt auch immer eigentlich jedem Erlangen empfehlen, weil das einfach Wahnsinn ist, was man da an Ausstellungen, an studentischen Arbeiten, also einfach den Nachwuchs sich anschauen kann und ja, und da kommt halt jedes Jahr was Neues dazu. Also das ist eigentlich das Tolle daran, dass man da halt immer wieder hingehen kann und es ist nie langweilig. Vor allem hast du auch eine gewisse Interaktion dann auch mit den Leuten. Ist das so, dass da auch Menschen auf dich zukommen, du bist seit Jahren im Gesam drin, die dann auch hier, ich kenne dich davon, ich fand das cool, kannst du mir das zeichnen, die dann schon so ein bisschen wirklich wissen, wer du bist und auch konkrete Sachen wollen? Also so direkte Zeichenaufträge habe ich eigentlich nie, die dann so sagen, kannst du mir mal die Figur machen oder sowas, das nicht, aber jetzt zum Beispiel auf der Comic Invasion, die hat ein gewisses Stammpublikum, die da auch wirklich dann jedes Jahr hinkommen und die sagen dann, ja, was hast du Neues zum Beispiel mit? Oder dann erzählen sie mir, was sie schon gekauft haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass so manche, das sind jetzt nicht viele, aber trotzdem schon gucken, was man so macht und einen so ein bisschen verfolgen. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, mir bist du aufgefallen, das soll schon was bedeuten. Das ist also eine gute Sache. Ich habe auch mal natürlich eben bei den Kollegen von dem Podcast bei der Comic Invasion total intensiv reingehört und so und deswegen lass doch mal noch einen kurzen Abstecher trotzdem zu dir und deinem Lebenslauf machen, wie du so ein bisschen vor allem in diese ganze Comic-Geschichte reingerutscht bist und soweit ich das in Erinnerung habe, hat Batman da eine nicht unwesentliche Rolle gespielt, oder? Genau, also im Prinzip hat mich ein bestimmter Batman-Comic halt dann irgendwie an den Zeichentisch gebracht und ja, da bin ich jetzt quasi immer noch. Ich fand auch schon vorher die Batman-Filme sehr interessant, aber das hat bei mir nie sowas ausgelöst. Ich fand die Ästhetik toll und das hat mich irgendwie fasziniert, aber das hat mich nicht zum Zeichnen gebracht, es ist dann eben erst passiert, als ich mir dann 1999 so ein Panini-Heftchen quasi, weil ja damals so diese Heftchen-Zeit gekauft habe und ich es irgendwie abgefahren fand, wie man sowas machen kann. Du hast also privates Ding gekauft, fandst du es toll und wolltest es dann selbst machen, oder wie sah es aus? Ja, genau, wirklich so ja, hingesetzt und kopiert einfach, also ne, das war ja noch so vor dem Grafiktablett-Zeitalter, das war ja wirklich noch, ich hab das Comic dann hingelegt und hab mir dann auf kleine Zettelchens halt mit, ich wusste ja auch nicht, wie die das genau anstellen, dass das eben so aussieht, ich hab das dann halt wirklich mit Bleistift und mit Buntstiften ausgemalt, so ganz naiv und hab versucht, das eben so wirklich so ein originalgetreu wie möglich zu kopieren, was natürlich nicht geklappt hat, aber es war eben so der Einstieg. Also quasi einer von uns, ein Fan, der dann mehr wollte irgendwann, hast du dir das dann einfach alles komplett autodidaktisch beigebracht oder gab es den Moment, wo du dann auch mal irgendwie, naja, einen Dozenten oder Lehrer hattest, der da ein bisschen mit dir was gemacht hat? Genau, ist klar, am Anfang macht man erstmal so für sich und zeigt das halt seiner Familie und seinen Freunden und so und irgendwann geht das natürlich darüber hinaus, wenn man merkt, okay, das beschäftigt mich jetzt nicht bloß mal so eine Woche, sondern das lässt mich nicht mehr los und ich war zu dem Zeitpunkt, gerade auch vor der Wahl, was ich für einen Leistungskurs mache und hab mich dann halt für den Kunstleistungskurs entschieden, den es bei mir glücklicherweise an der Schule gab und den Lehrer, den ich da hatte, der war auch sehr prägend für mich auf jeden Fall, zum Beispiel hat er mir dann immer empfohlen, was ich noch so außerschulig tun kann, was so, ne, Abendschule oder Aktzeichenkurse oder Porträtkurse, um halt eine Mappe irgendwann zu haben, um halt, und sich halt weiterzubilden und das habe ich halt auch eigentlich immer wahrgenommen und das hat mich, also ich fand das total toll, dass er das gemacht hat und mich hat das auf jeden Fall auch weitergebracht, ne, ich hab dann wirklich zwei Jahre lang jeden, jede Woche Abendschule besucht. Oh, und das war dann viel praktische Arbeit oder wie? Genau, das war dann wirklich so Kurse, ich weiß gar nicht, was das erste so war, Porträtkurs zum Beispiel, ne, und dann habe ich das nächste halbe Jahr einen Aktkurs gemacht, dann habe ich ein halbes Jahr, das war so Naturstudium, da sind wir dann auch rausgegangen, sind wir in Leipzig rumgerannt und haben halt Häuser gezeichnet und sowas und dann habe ich noch einen Kurs, der hieß Mappenvorbereitungskurs, das war dann so ein bisschen allumfassender gemacht. Und seitdem bist du am Ball geblieben und bist du inzwischen, ich frage mal so direkt, jetzt auch hauptberuflicher Illustrator und Comic-Künstler? Ja, man traut sich das fast gar nicht zu sagen, aber ich glaube schon, also ich habe jetzt seit fünf Jahren keinen Nebenjob mehr, von daher. Das ist beeindruckend, ich würde jetzt hier applaudieren, aber das ist nicht gut für die Audioqualität, also für einen herzlichen Glückwunsch. Freut mich, freut mich einfach, finde ich toll. Ja, nice, und dann hast du da ganz viel gemacht und dann kamen da irgendwann ganz viele Geschichten dazu, das heißt also auch, du hast dann ja offensichtlich so einen Wunsch gehabt, Geschichten zu erzählen, weil das eine ist ja die tolle Optik und das Zeichnen von einzelnen Bildern, aber sowas Fortlaufendes ist schon nochmal ein Schritt mehr, ne? Genau, mich hat am Anfang halt das Zeichnen sehr interessiert, aber immer in Kombination mit Geschichten erzählen, also ich habe eigentlich nie einfach nur so gezeichnet, ich habe immer Comics gemacht, also außer wenn ich jetzt eben so Abendschule gemacht habe, da habe ich halt mir dann so die Basics geholt, die man, wo ich das Gefühl hatte, die würde ich gern können, aber ansonsten, wenn ich ansonsten gezeichnet habe, immer in Kombination mit Geschichte und habe aber auch gemerkt, wie unausgewogen das so sein kann, weil ja nicht jeder, der gut zeichnen kann, kann gut Geschichten erzählen und auch andersrum und diese Defizite, die gibt es auch immer noch, also das hört ja nicht auf, dass man in einer Sache irgendwie besser ist als in einer anderen. Das ist ja auch irgendwie der Weg des Lebens, oder? Dass wir immer noch ein bisschen besser werden mit dem, was wir gern machen, zumindest im besten Fall. Ja, vor allem auch so ein Anspruchsdenken irgendwie auch, dass du also noch den Anspruch hast, besser zu werden. Manch einer ruht sich einfach aus auf dem, was er oder sie seit Jahren macht. Ja, aber dafür, das ist wahrscheinlich immer so das eigene Empfinden, aber ich glaube, dass die wenigsten Künstler von sich behaupten würden, dass sie total toll sind und total gut sind, sondern es ist ja meistens haben die ja eher so das Problem, dass es genau andersrum ist und was ja auch gut sein kann, das kann ja ein Antrieb sein und kann einen ja auch weiterbringen. Auf jeden Fall. Wir kommen davon, wie gesagt, ganz aktuelle Einblicke dann auch bei Parallel. Da kommen wir gleich ins Detail nochmal drauf zu sprechen. Das soll heute ein großer Schwerpunkt dieses Gesprächs sein. Aber ich möchte gerne noch den Schlenker machen über Leipzig. Denn wir, also ich bin immer sehr daran interessiert zu wissen, wieso, keine Ahnung, die Comicwelt in anderen Städten der Republik aussieht und was da noch so geht, insbesondere eben jetzt auch in Leipzig. Ich kenne da eigentlich nur die Bianca, wie heißt sie denn? Roxana? Oh Mann, den Namen ist ganz peinlich. Sie hat auch schon mal ein Intro für die Comic-Cookies angesprochen. Aber ich kenne da noch nicht so viele Leipziger Comic-KünstlerInnen. Wie sieht es da aus? Gibt es da viele? Gibt es da einen Comic-Stammtisch? Seid ihr alle jedes Jahr im Comic-Garten gewesen, als es den noch gab? Oder trefft ihr euch jeden Mittwoch in eurer Lieblings-Stammkneipe? Oder macht ihr vielleicht einfach auch mal so, keine Ahnung, 24-Stunden-Zeichen-Geschichten? Erzähl mal, gibt es da irgendwas? Also ja, es gibt auf jeden Fall einiges. Ich kann da jetzt nicht so viel von wahrnehmen. Ist einfach so meiner Zeit ein bisschen geschuldet. Aber ich interessiere mich trotzdem dafür, was so passiert. Bin zum Beispiel, wo es den Comic-Garten noch gab, da auch eigentlich jedes Jahr gewesen, glaube ich zumindest. Comic-Stammtisch weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Also es gab mal so ein, ich glaube es ist ein Mosaik-Stammtisch. Das hat mich jetzt nicht so interessiert, weil das nicht so mein Medieh ist. Aber ich bin natürlich mit den Comic-ZeichnerInnen in Leipzig auch so ein bisschen verbunden. Also zum Beispiel wohnt gleich in meiner Straße noch Julia Zein, die mittlerweile auch Leipzigerin ist, die beim Avant-Verlag veröffentlicht. Und dann gibt es ja noch Max Beitinger auch bei Reprodukt oder Anna Haifisch, die auch bei Reprodukt ist. Genau. Und dann gibt es ja, oder es gab ja dieses größere Festival, was immer zur Buchmesse stattfand, den Millionärs Club. Ja. Und der wurde ja eingestellt, aber ist dieses Jahr quasi, gab es ein Nachfolge-Festival. Mhm. Wieder ein bisschen kleiner, aber auch total schön. Also es passiert auf jeden Fall einiges. Wenn man, also wenn man es wirklich darauf anlegen würde, könnte man, kann man da total viel sehen und miterleben eigentlich, auch Ausstellungen und so weiter. Also ist Leipzig eine Comicstadt? Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Geht schon ein bisschen was. Klasse. Cool, dann müssen wir da auf jeden Fall auch mal, ihr müsst da regelmäßiger mal einen Abstecher machen. Ist sehr gut. Und mir dann Comic Leipzig etwas genauer angucken. Ich habe dir übrigens gerade das Foto geschickt, es existiert wirklich. Okay. Okay. Prima, dann lass doch jetzt mal wirklich ins Detail gehen. Parallel. Also das ist eine Geschichte, die ich wirklich echt gut fand. Das kann ich an der Stelle schon mal so gleich direkt sagen, weil sie thematisch was behandelt, wovon ich echt noch so gar nichts auf dem Schirm hatte und weil ich das Gefühl habe, dass du da sehr viel auch Recherchearbeit reingesteckt hast. Lass doch mal ganz zu Beginn anfangen. Wie kam es eigentlich aus der Extendierungsgeschichte von Parallel? Wie kam es zum Comic? Wie kamst du auf die Idee? Was hat dich inspiriert und vielleicht auch motiviert, diesen Comic zu machen? Mhm. Naja, ich bin halt immer so auf der Suche nach Themen oder nach Sachen, die mich interessieren und meistens passiert das eben so im näheren Umfeld oder in Gesprächen mit anderen und in dem Falle war es ein Prinzip das Gespräch mit meiner Freundin, die dann von ihrem Opa erzählt hat, dass es da einfach so ein paar Ungereimtheiten gab, wie der so gelebt hat und was er so gemacht hat und so und dann habe ich halt, mich interessiert das dann einfach und ich habe halt nachgefragt, warum und was und wie und dann hat sie mir halt erzählt, dass er versucht hat, irgendwie ein schwules Leben zu führen, aber das eigentlich nie wirklich hinbekommen hat und das hat mich natürlich sehr interessiert, weil es auch zu einer Zeit passiert sein muss, wo das einfach sehr schwierig ist und dann habe ich halt quasi die Mutter meiner Freundin ist die Tochter des Protagonisten und dann habe ich mich halt mit ihr einfach darüber unterhalten und geschaut, was sie so erzählen möchte oder ab ihr das unangenehm ist oder ja, es mag ja vielleicht auch nicht jeder darüber reden oder das konnte ich halt nicht einschätzen, aber sie fand das eher toll, dass mich das interessiert oder das und sie fand es eben auch ein bisschen traurig, dass er quasi in so einer Zeit groß geworden ist oder erwachsen gewesen ist, wo das eben so schwierig war und genau und hat das eher begrüßt, dass mich das interessiert und dass ich daraus eine Geschichte machen will. Du erzählst ja dem Grunde nach die Geschichte einer Person, also eines Mannes, der Homosexuell ist und zwar vor allem in der deutschen Nachkriegszeit und wie entsprechend schwierig das auch war. Jetzt sind da ganz viele Szenen dabei, wo er quasi mit sich alleine irgendwas macht oder mit irgendwelchen Personen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch relativ viel Fiktionalisiertes dabei ist, oder? Total, also das, was ich gut recherchieren ließ, also über ihn jetzt direkt, waren seine Stationen, wo hat er gelebt, in welcher Stadt ist er gewesen, was hat er gearbeitet, wann ist er zum Beispiel mal verhaftet worden, wann hat er die, wann ist er aus der DDR ausgereist in die BRD und solche Sachen ließen sich sehr gut rekonstruieren, aber alles, was das schwule Leben anging, war natürlich ein Tabuthema und da wusste niemand was und da konnte keiner was zu sagen und also wie wie hat er wirklich gelebt, das das weiß nur er im Prinzip. Und jetzt beispielhaft mal eine Szene rausgegriffen, die man auch auf dem Cover sieht, zwei Männer begegnen sich in einer Einkaufspassage oder in einem Einkaufsbereich, das ist eine Sache, die jetzt auch von anderen, sag ich mal, Zeitzeugen so berichtet wurde, dass das so eine Art Treffpunkt war, wo man sich mit Blicken viel sagen musste und konnte, oh da ist das einfach wirklich auch Teil deiner Fantasie gewesen. Nee, das sind dann, also ich habe auch noch parallel dazu jemanden ausfindig machen können, der auch so eher ein bisschen später als mein Protagonist, aber eben auch in Leipzig gelebt hat und ein schwules Leben geführt hat und der konnte mir so ein bisschen erzählen, wie man das eben einfach angestellt hat und wo die Treffpunkte waren und in größeren Städten gibt es dann eben meistens ein oder mehrere Treffpunkte, die heißen dann Klappen und da haben sich dann die Männer getroffen, um halt Geschlechtsverkehr zu haben und er hat mir auch erzählt, wie sich sowas eben anbahnt, wie man das macht, ja und da spielten eben so Schaufenster eine große Rolle oder also in Leipzig zumindest, weil das eben alles sich im Zentrum abgespielt hat, mehr oder weniger und da hat man sich dann eben an diesen Einkaufsschaufenstern ja irgendwie beobachtet und erkannt. Eine deiner Stärken ist es ja definitiv auch ganz viel ohne Text zu erzählen, gerade so dieses sich Blicke hin und her werfen, dieses sich anbahnen, wir haben beispielsweise auch Szenen an einem See, ja wo er jeden Abend hinfährt und dann auch Bekanntschaften macht und jemanden kennenlernt und so, da funktioniert ganz viel nur so über Blicke und Gesten und so, ist das eine Sache, die du eh schon kannst oder hast du dich da nochmal besonders mit beschäftigt, dass du das so umsetzen kannst, weil mir das wie gesagt sehr positiv aufgefallen ist. Ah, okay. Da habe ich mich jetzt gar nicht so bewusst mit befasst, aber ich habe mir das halt so vorgestellt, dass man das wahrscheinlich so gemacht hat und ja eben, ich habe mir das eher, gut, das ist vielleicht auch ein bisschen der Figur geschuldet, die ja so immer mehr irgendwo hingestoßen oder in ihr Handeln ein bisschen gezwungen wird und deswegen habe ich sie da auch eher zurückhaltend agieren lassen, aber und dadurch kam das wahrscheinlich zustande, dass eben viel über Blicke oder über sich so ein Herantasten entstanden ist, aber ich habe jetzt nicht extra geübt oder geschaut, wie man das macht, aber vielleicht mache ich das auch in anderen Comics so, das müsste ich mir mal anschauen, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Wirklich, gerade diese ruhigen Szenen, die sind mir da irgendwie aufgefallen, das wollte ich einfach auch mal positiv hier an der Stelle erwähnt haben. Es ist ja auch, also in der Handlung, wir erleben ja, das kann man an der Stelle ja schon mal sagen, dein Protagonist hat im Laufe seiner Zeit zwei Kinder, drei Kinder, zwei Kinder. Äh, zwei Kinder, genau. Genau, und das ist ja so, dass die Geschichten wie dann auch, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber letztlich setzt er zwei Beziehungen in den Sand. Mehr oder weniger aktiv oder es wird dazu genötigt oder so, zumindest hat das Leben für ihn in dem Zeitpunkt nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat und da sind ja auch gewisse Parallelen drin zu sehen. Hattest du zum Beispiel auch überlegt, das vielleicht ein bisschen zu stutzen und zu raffen, gerade weil das ja doch relativ ähnliche Abläufe sind in dem, was passiert? Ähm, ja, der Schreibprozess ist schon sehr lang her, aber das ist klar, ich hab das bestimmt überlegt, weil ich hab, glaube ich, alles abgeweckt und, äh, äh, auf, ähm, Tauglichkeit geprüft eigentlich, deswegen kann gut sein, dass ich das auch überlegt hab und, ähm, ja, ich müsste jetzt wirklich überlegen, warum ich mich dafür entschieden hab, das drin zu lassen, diese erste Ehe, ähm, die ist natürlich, inhaltlich ist ja jetzt, eigentlich soll ich mal klar, okay, das Konstrukt von wegen, er hat mit einer Frau, ein Kind und aus irgendeinem offensichtlichen Grund funktioniert das klassische konservative Familie, Eheleben halt einfach nicht und es geht dann natürlich einfach irgendwann getrennte Wege, okay, das haben sie ein paar gemein, aber so die Art und Weise, wie diese Familien entstehen, wie das Umfeld der Familien ist, gerade in der ersten Ehe, dieser Vater, der Schwiegervater, der dann ja eine Rolle spielt, der ist ja in der zweiten Ehe gar nicht so vorhanden, das ist eine ganz komplett andere Geschichte, also, ich will das jetzt gar nicht diskreditieren in dem, was ich sage, ich will nur sagen, da gibt's Parallelen, die sind für sich sehr interessante Geschichten, die ich gerne gelesen habe, mit auch wirklich mehr als genug Abwechslung, also das vielleicht auch mal zur Erklärung, wie so meine Wahrnehmung einfach auch von dem gewesen ist, was ich da gelesen habe und da hätte jetzt einfach sein können, da sagst du, okay, ich mache da vielleicht Rückblicke oder so, aber offensichtlich hast du das nicht gemacht, denn mit, oh Gott, wie viele Seiten sind das denn hier gewesen, ich habe hier gerade die PDF-Datei vor mir, allein die hat 222 Doppelseiten, das dürften doch locker 400 Seiten geworden sein, oder? Genau, also ich glaube, gezeichnet habe ich 400, irgendwas über, knapp über 440 irgendwie. Bist du dann mit dem fertigen Produkt direkt zu Reprodukt und hast das da gepitcht oder wie kam das eigentlich dazu, dass es da entschieden ist? Nee, nee, ich bin schon relativ am Anfang des Entstehungsprozesses zu Reprodukt, also das war im Prinzip nur so ein, also ich bin quasi mit einer Idee und ein paar gezeichneten Seiten hin und einem groben Handlungsablauf, also da waren noch keine Dialoge geschrieben und nichts und da haben sie schon Interesse bekundet, dass das für sie wahrscheinlich in Frage kommen könnte und ich sollte es noch ein bisschen ausarbeiten, was ich auch getan habe und genau, dann war das eigentlich fix, dass Reprodukt das gerne machen würde und dann hieß es für mich halt schreiben und zeichnen. Und dann hast du einfach losgelegt oder hattest du irgendwie so eine Art Feedback-Schleifer mit einer Redakteurin oder wie lief das? Genau, ja, das war auch sehr wichtig für mich, dass ich da Michael Krönewald als Redakteur hatte, weil für mich das Schreiben, also zumindest von so einem langen Buch, ja komplett neu war und ich froh war, dass ich da jemand hatte, der so den Überblick bewahrt hat und immer die richtigen Fragen gestellt hat, die ich dann überprüfen konnte, ob das Sinn macht, ob das, ja, ob das logisch ist, was ich da erzähle oder ob man noch was ändern muss und das war für mich sehr wichtig, dass er da mit dabei gewesen ist und deswegen hat auch, da ich da nicht so geübt bin, dieser Schreibprozess einfach lange gedauert, aber ich wollte den halt unbedingt komplett abgeschlossen haben, bevor ich überhaupt anfange, da ein Storyboard zu zeichnen. Ah, verstehe. Du bist also mit ihm komplett diese ganze Handlung Stück für Stück dann auch durchgegangen und hast sein Feedback mit Berücksichtigung eingearbeitet. Genau, ja, ja, da haben wir wöchentlich geskypt und, ähm, genau, haben da zusammen dran gearbeitet. Gab's auch Dinge, du musst dir nichts verraten, was du nicht willst, wo ihr einfach unterschiedlicher Meinung wart? Ähm, bestimmt, aber wie gesagt, also mit Schreiben war, das ist ja schon wieder vier Jahre her, als ich damit fertig war, ähm, aber, na klar, also es gibt, ähm, immer, immer Dinge, wo man, ähm, unterschiedlicher Meinung ist, aber das war auch nie so, dass dann Michael gesagt hat, naja, das musst du aber so machen, sonst funktioniert das nicht, sondern er hat einfach, er hat das immer als Frage formuliert, ne, also es war immer, was soll man das sagen, es war immer nur ein Gedankenspiel, wenn man es so macht, dann passiert das und das und dann das, ist das schön oder soll man lieber so und dann passiert das und das und dann kommt das bei raus ähm, und dann war das in meiner Hand zu schauen, was ich gerne erzählen möchte natürlich und ähm, genauso bei den Zeichnungen, ne, wenn dann die Korrekturstufe für die Zeichnungen kam, dann war das immer auf, du kannst das gerne ändern, du kannst das aber auch so lassen, wenn es für dich klar geht und ja. Okay, das heißt, ich habe das jetzt nicht als Eingriff empfunden oder so. Das ist genau immer auch so ein bisschen die Absicht meiner Frage, genau wie viel letztlich dann der Verlag aktiv eingegriffen hat in die Geschichte, aber das scheint mir so, als hätte es so relativ freie Hand gehabt. Mhm. Ja. Wie war das dann, also es gab dann den Moment, wo die Story stand und dann, okay, hier, auf geht's, ab zu den Storyboards und dann hast du dich hingesetzt und die Storyboards gemacht und die gingen auch wieder in die Korrekturschleife, Feedback-Schleife. Boah, da muss ich mir überlegen. Wahrscheinlich schon, ja doch, doch bestimmt. Okay. Da kann ich mich gar nicht, aber ja, ich glaube, genau, ich habe das Storyboard dann in einem Stück durchgezeichnet. Ja, ich habe es garantiert auch abgegeben, denke ich mal, aber danach wurde nicht mehr so viel geändert beziehungsweise vielleicht auch gar nichts, kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, weil wir eben schon bei dem Text so intensiv gearbeitet haben und eigentlich die Story mehr oder weniger stand. Okay. Also wie arbeitest du eigentlich? Analog, digital, erzähl mal. Mhm. Naja, also ich arbeite mittlerweile eigentlich komplett digital. Die ersten Seiten, die ersten 200 Seiten des Storyboards habe ich noch auf Papier gemacht, dann auch so mit Kleben und so, ne, und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja okay, komm, ich will es am Ende eh digital zeichnen, weil ich da einfach ein bisschen Zeit sparen kann und dann habe ich den Rest des Storyboards auch schon dann digital gemacht und habe den Comic dann auch komplett bei Photoshop gezeichnet. Weil das Digitale dir einfach gut liegt, das machst du, also bedingst quasi beide Sparten, ne, man kann bei dir offensichtlich auch Originalartwork kaufen, man kann aber auch digitale Sachen von dir bekommen. Ja, ja genau, also ich bin, ich komme eigentlich aus dem Originalseiten zeichnen, so, also damit habe ich halt angefangen, ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass bei so längeren Sachen und wenn ich weiß, dass Änderungen wahrscheinlich werden, wenn man über vier Jahre lang was zeichnet, dann liegt es einfach auf der Hand, dass man mit den ersten Seiten wahrscheinlich nicht so zufrieden ist und da einfach ändern muss und da bietet sich das Digitale einfach an, ne, dass man da jetzt nicht so viel Bastelarbeit hat und du sparst dir den Schritt des Einscannens, das, du musst die Seite nicht säubern, sondern die ist schon in dem Zustand, in dem du diese gerne auch hättest und genau, es ist halt eben über diese Masse der Seiten ist es einfach eine krasse Zeitersparnis. Das glaube ich gern, ja, gerade weil es echt eine Menge ist, dass du präsentierst ein ganzes Mammutwerk ja auch, dass man nicht mal eben so gelesen hat, aber eigentlich mal eben so lesen möchte, denn man bleibt irgendwie gern dran, also es gibt keinen Moment, wo es mal irgendwie langweilig wird, sage ich mal, ganz im Gegenteil, dafür, dass es ja letztlich ein historisches Drama ist, wenn man so will, anhand einer einzelnen Person, es ist doch irgendwie auch spannend und ich wollte auf jeden Fall mehr wissen, habe auch mehr bekommen und habe am Ende des Buchs irgendwie das Gefühl, ich hätte zumindest so eine Art Idee davon, wie Homosexualität in der Nachkriegszeit in Deutschland gewesen sein muss. Gibt es denn schon von anderen Leuten irgendwie eine Form von Feedback, die sagen können, hier, das ist eine Geschichte oder eine Szene, die kommt mir so genauso bekannt vor oder die hat mir mein Vater oder mein Onkel oder wer auch immer genauso erzählt, hast du generell schon Feedback, insbesondere vielleicht auch aus der Queeren-Szene? Genau, also ich habe das, da ich ja schon so lange daran arbeite, habe ich das ja doch immer mal erzählt, was ich so mache und da haben erstaunlich viele Leute gesagt, dass sie auch so jemanden in der Familie haben, der ein ähnliches Lebensmodell probiert hat oder probieren musste und ich habe dann jetzt, wo das fertig war, das Comic noch ein Freund von mir gegeben, der schwul ist, der das gelesen hat, um einfach zu schauen, ob ich jetzt als eben nicht homosexuelle Person das einigermaßen gut abgebildet habe und im Schreibprozess hat mich auch immer noch Reinhard Kleist so ein bisschen begleitet, der das auch noch mal zwischendurch gelesen hat und am Ende noch mal gelesen hat. Ah, okay, das ist interessant. Ihr kennt euch auch schon länger offensichtlich, sonst würde er das wohl nicht tun, oder? Oder hast du ihn aktiv angeschrieben? Nee, genau, wir kennen uns halt über Michael Krönewald auf jeden Fall und ich habe ihn auch schon vorher kennengelernt, weil ich mal, boah, ist auch schon wieder zehn Jahre her, hier in Erlangen bei dem Comic-Seminar mitgemacht habe und da war er Dozent mit Uli Oesterle damals zusammen. Genau, und da habe ich ihn im Prinzip kennengelernt. Das ist so smart, ich meine, das ist ein Thema, wo man wirklich mal in ein Fettnäpfchen treten könnte und man will das ja auch nicht unbedingt und man will vor allem niemanden irgendwie auch blöd angehen oder so. Deswegen ist es echt toll, dass du da so auch Feedback aus der Richtung bekommen hast und ich gehe mal davon aus, dass jetzt, keine Ahnung, der Reinhard Kleist oder so das ganz gut findet, was da jetzt rausgekommen ist, oder? Hat er schon irgendwas dazu gesagt? Ja, also ich glaube, er findet es ganz gut, er hat zumindest mir auch das Vorwort geschrieben für das Buch und von daher gehe ich mal davon aus, dass er zufrieden ist. Das kenne ich noch gar nicht, das war in meiner digitalen Ausgabe nicht dabei. Sehr spannend und Grund für mich dann auch nochmal in die gedruckte Ausgabe reinzuschauen, wo wir doch bei einem Standardthema von mir sind. Ich habe das jetzt, wie gesagt, komplett digital lesen dürfen und das hat für mich super funktioniert. Ich kenne jetzt natürlich aber nicht die Version als Buch, weiß nicht wie es ist, das Ganze dann auch mit dem entsprechenden Papier, mit dem entsprechenden Einband zu sehen. Hast du Präferenzen darin, wie man dein Werk am besten lesen sollte? Doch lieber analog im Buch oder findest du auch den digitalen Konsum ganz in Ordnung? Genau, also bei meinem Buch weiß ich jetzt gar nicht, also du hast es jetzt digital bekommen und eben auch noch andere, eben um es vorab lesen zu können, aber ich weiß, ich glaube, es wird danach einfach gar nicht digital zur Verfügung stehen. Also ich finde es schön, wenn das Buch gedruckt da ist, aber ich selber lese auch Comics digital, also ich sehe da oder ich lade auf Comics, die ich mache, eben so kleinere Sachen auch einfach hoch und druck die zum Beispiel nicht und ich finde, das kann so nebenher eigentlich ziemlich gut existieren, also und ich lese auch Comics digital und dann kaufe ich sie mir trotzdem nochmal als Buch, weil ich sie doch nochmal anders anschauen will. Man schaut sich ja so, sowas gedrucktes eben anders an als was, was man auf dem Rechner sieht und aber ich finde eigentlich beides interessant und das Digitale eröffnet ja nochmal ganz andere Möglichkeiten und also ich kann dem auf jeden Fall beides was abgewinnen. Du sagst, du lädst das hoch, redest du da jetzt ausschließlich von deinem Instagram-Account oder auch noch von anderen Plattformen? Achso, na stimmt, ich habe ja noch diese, es gibt noch bei MyComics eigentlich relativ viel, glaube ich sogar, von mir zu sehen, aber das ist ja eher eine Seite, wo es wirklich explizit um Comic-Geschichten geht, deswegen habe ich da zum Beispiel keine Einzelbilder, sondern eben wirklich so einzelne Geschichten hochgeladen. Auch das werden wir entsprechend wie immer in den Shownotes verlinken, so dass ihr da draußen, die ihr das gerade hört, da einfach mal ein bisschen runterscrollen könnt oder in eurem Podcatcher in die Shownotes schaut. Dort gibt es dann eben die entsprechenden Links und ihr könnt auf jeden Fall rausbekommen, was der junge Mann so online veröffentlicht und da sind wir auch bei einem Thema, ja gerade online veröffentlichen, Instagram. Instagram ist ja glaube ich eine Plattform, um die man als Comic-KünstlerIn aktuell, also gar nicht drum rum kommt, allein schon auch einfach um das eigene Portfolio zu präsentieren. Wie ist denn da so dein Eindruck, wie aktiv bist du da, wie gern, wie lieb hast du Instagram? Ja, wahrscheinlich so eine Hassliebe wie bei vielen. Am Anfang, wo ich damit angefangen habe, das ist auch noch ganz so lange her, ich glaube es war auch so 2017 oder so, habe ich das schon relativ regelmäßig gemacht, so schon mal so eine Zeit lang auch jeden Tag irgendwie was hochgeladen, aber mittlerweile mache ich es nicht mehr so oft, aber es ist ja trotzdem schön, das zu zeigen und man zeigt es ja auch gerne und ich schaue mir halt auch gern von anderen Comic-ZeichnerInnen die Sachen einfach an, weil mich das halt interessiert. also ich finde es schön, wenn Leute was hochladen und ich mir das ansehen kann und am Arbeitsprozess auch teilnehmen kann. Manche geben da ja noch viel tiefere Einblicke, als ich das zum Beispiel mache, die zeigen da noch viel, viel mehr und ich finde es bei anderen total spannend, aber ich selber denke immer, ach ja, wenn ich das jetzt hochlade, ist das so interessant und naja, dann lass ich es halt meistens und lade dann eben einfach das fertige Bild irgendwann hoch. Ja, bei dir sind es genau eben die finalen Produkte, das was dann hinten bei rauskommt, das ist ja dann natürlich immer sehr perfekt und dann auch schon komplett abgerundet, das ist einfach schön, wie gesagt, check da mal den Instagram-Account, der sicherlich auch eine gewisse Interaktion ermöglicht. Ist dir das wichtig, da besonders viele Follower und Likes zu haben oder guckst du da gar nicht so drauf? Na klar, also jeder guckt wahrscheinlich drauf, ich auch, aber, keine Ahnung, der hat sich irgendwie über die letzten Jahre halt irgendwie so eingepegelt und da tut sich jetzt nicht so viel, vielleicht ändert sich das, wenn das Buch rauskommt, ist nochmal eine andere Aufmerksamkeit, aber ich fand es auch schön, wie es jetzt war von der Aufmerksamkeit, also ich kann damit gut leben, wenn da eben die Leute, die es interessiert, draufschauen und sich freuen, wenn was kommt und also ich brauch da jetzt nicht dieses Wachstum oder so. Wie du hast gemeint, dass du eben gerne da präsentierst, was du machst und jetzt mal ganz ehrlich, als der Philipp Kulek mir gesagt hat, da liegt ein PR-Schwerpunkt drauf hier im Herbst, da hatte er völlig recht, das Werk ist einfach eines, das sowohl als Werk selbst als auch aus inhaltlichen Gründen sehr viel Aufmerksamkeit verdient und sicher auch bekommen wird im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Wie sieht es denn aus? Könntest du dir auch vorstellen, hier vielleicht sogar eine Art Ausstellung zu machen oder das in eine Galerie zu hängen oder so? Gibt es da vielleicht schon Ideen? Hast du da irgendwas? Also es ist nichts angedacht, aber ich habe mir natürlich, da ich ja so ein bisschen aus der bildenden Kunstrichtung auch komme, überlegt man, ich habe mich früher halt viel mit auseinandergesetzt, wie stellt man aus, wie stellt man auch Comics aus und so und ich finde es auch meistens eigentlich gar nicht so spannend, also ich bin zum Beispiel niemand, der Comics in der Ausstellung lesen würde, ich schaue mir dann eher nur die Bilder an und da ich ja nun mal keine Originale im herkömmlichen Sinne besitze, würde ich es zum Beispiel interessant finden, wenn es möglich wäre, dass dieses Museum Photoshop hat und man einfach die offenen Dateien ausstellt, sodass die Leute einfach die Ebenen sehen und dann schauen können, wie ist das aufgebaut? Also eigentlich bietet ja so eine Photoshop-Datei einen total geilen Einblick in so ein Bild, was eben so ein gemaltes Bild auf Papier nicht mehr bieten kann und das würde ich cool finden, wenn es sowas geben würde, aber es ist natürlich technisch schwer zu bewerkstelligen, aber ich würde es interessant finden, bei Leuten, die digital arbeiten, in die PSDs zu schauen. Weil du weißt, was eine PSD ist, was da draußen halt nicht jeder tut, man müsste es schon irgendwie aufarbeiten, also keine Ahnung, eine Präsentation machen, durch die man scrollen kann oder so, das wäre vielleicht ein Weg. Das ist natürlich schwierig, Photoshop ist halt einfach auch ein Programm, was viele wahrscheinlich einfach abschreckt, wenn die das sehen. und das klar, vielleicht kann man das auch anders aufbereiten, indem man das so ein bisschen zerlegt, so eine Seite, das sind ja ein Haufen Ebenen drunter, die man eben nicht mehr sieht, aber die trotzdem noch da sind. Ich packe zum Beispiel immer meine ganzen Recherche-Fotos, die liegen alle in den PSDs mit drin, für die jeweilige Seite und dann liegen da noch zwei, drei Skizzenstufen drunter, die dann halt unsichtbar sind, die ich aber drin lasse und solche Sachen. Also ich finde es interessant, sowas zu sehen bei anderen auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, Recherche-Fotos, wie war das hier bei Parallel? Hast du da von den Städten und Locations Recherche-Fotos gehabt oder gab es da sowas gar nicht so oft? Also ich habe das gemacht. Also Frankfurt liegt ja nahe, da ist immer die Buchmesse, da bin ich sowieso öfter mal gewesen und habe da Fotos gemacht und in Leipzig lebe ich, da war das auch relativ einfach und in Leipzig bin ich auch noch ins, wie heißt denn das? Stadtarchiv gegangen, genau. Und habe mir da eben einfach Fotos aus der Zeit angeschaut, wie das damals eben ausgesehen hat, wie sehr zerstört war die Stadt zum Beispiel und sowas. Genau, hatte halt von manchen Plätzen Recherche-Fotos, aber habe dann trotzdem versucht, jetzt nicht so Sightseeing-mäßig mich da durch die Städte zu bewegen, dass die Leute auf jeden Fall sagen, ja, das muss Frankfurt sein, das muss Leipzig sein, sondern ich wollte es halt trotzdem ein bisschen öffnen für den Betrachter, dass das im Prinzip auch jede andere Großstadt sein könnte. Jetzt scrolle ich hier gerade noch durch deinen Instagram-Feed und bin auf was gestoßen, das ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Was bitte ist denn eigentlich Fundus? Fundus ist ein Magazin, was ich mit Julia Zein zusammen mache, die halt hier auch in Leipzig wohnt, eine Comiczeichnerin. Und genau, da haben wir jetzt eine Ausgabe gemacht, die kam letztes Jahr raus. Und genau, wir haben noch mit Silvia Dirkis zusammen gemacht, also wir haben das zu dritt gemacht. Und wir wollen da auf jeden Fall auch noch ein weiteres machen. Das ist ein Zene mit Geschichten von dir und den beiden Damen, richtig? Genau, genau. Wo kriege ich denn das her? Im Prinzip auf der Comic-Invasion zum Beispiel. Oder eben mich, Julia oder Silvia eben bei Instagram anschreiben und sagen, dass man es gerne hätte. Und das ist schon alles. Also das kann man jetzt nicht irgendwie irgendwo kaufen oder so. Ja, aber so, also ich meine, da werden wir, glaube ich, nochmal schreiben müssen. Dann würde ich gerne jetzt hier zu den Abschlussfragen kommen, die bei mir auch immer ein bisschen gleich aussehen, aber nicht weniger spannend sind. Zum einen natürlich die Frage, die wir jetzt schon so ein bisschen beantwortet hatten, ist die Frage des Digitalen. Du liest also selbst auch digitale Comics, bist dem nicht abgeneigt. ist da auch so Webtoon-Sachen dabei und da reden wir jetzt vom, keine Ahnung, klassischen Superman-Heftchen auf Comixology. Achso, ich bin ja im Prinzip noch wirklich so ein Neuling. Ich habe, ich bin Fan von, Daniel Warren heißt der, glaube ich. Ja. Und was macht, was macht, der hat, ja, der macht auch Superhelden-Comics, aber der macht auch so ein bisschen, ja, wie soll man das beschreiben? So leicht undergroundig, würde ich sagen, aber jetzt schon populär in Amerika-Comics und sowas versuche ich mir dann halt, eben einfach schon digital zu lesen, weil ich halt nicht weiß, ob kommt das in Deutschland jemals raus oder nicht. Genau. Und dann lese ich, genau, dann lese ich das halt so oder auch mit Büchern, also ich habe halt, ich lese halt mittlerweile fast mehr Digitalbücher, als ich mir welche kaufe. Das ist ja optimal, denn, lieber Matthias, die letzte Frage ist immer die nach popkulturellen Empfehlungen. Ich möchte dich mal bitten, dir einfach uns Dinge zu empfehlen. Das kann sein, ein Buch, ein Comic, dein Lieblingsmusical oder auch eine Oper, das kann aber auch ein Podcast sein oder das Album deiner Lieblingsband, das gerade rausgekommen ist. Erzähl doch mal, was gibt es, was du uns gerade empfehlen kannst? Was liegt gerade auf deinem Nachttisch? Worauf hast du gerade richtig Bock? Warte mal, da muss ich mal kurz meine App aufmachen. Sehr gut. Und zwar, also ich habe jetzt ein Buch gelesen, das fand ich auch sehr beeindruckend. Das Buch heißt Radikalisierungsmaschinen und da geht es im Prinzip ein zeitgeschichtliches Buch, geht es eben darum, wie rechte Netzwerke eben diesen, unsere neue Technik benutzen, um halt ein Weltbild zu propagieren, was eher rückwärtsgewandt ist. Ich weiß es leider, die Autorin nicht. Ach doch, Julia Ebner ist die Autorin und genau, sie beleuchtet eben so rechtsradikale Gruppierungen, wie eben zum Beispiel die Identitäre Bewegung, aber eben auch dschihadistische Gruppen, die im Endeffekt genauso operieren. Das fand ich sehr gut und ansonsten lese ich zur Zeit die Physik des Bewusstseins. Da ist es so ein bisschen Zukunftsforschung im Prinzip. Da wird halt im Endeffekt so ein bisschen Spekulation, was ist in 100 Jahren möglich, was ist in 150 Jahren möglich, wie erweitert sich das Bewusstsein, welche Geheimnisse liegen noch in unserem Organ, was sich halt im Kopf befindet. Genau, das sind halt so die Bücher, die ich gerade lese oder die Themen, die mich gerade beschäftigen und ansonsten würde ich mal noch einen Comic empfehlen. Auf jeden Fall. Und zwar eher was Älteres von Manula Siné Plast wäre das. Das ist auch so ein 800 Seiten Schinken insgesamt. ist bei Reprodukt erschienen und ist grafisch total beeindruckend und die Geschichte ist was soll man beschreiben. Also man sollte keine schlechte Laune haben, wenn man dieses Buch liest. Okay. Es liegt eben schon immer so ein Stein im Bauch, wenn man das dann, wenn man dann so ein Band weggelegt hat. Aber er ist total beeindruckend. Also geht um, ist im Prinzip ein Verhör, was über diese 800 Seiten geführt wird mit einem Mann und man erlebt im Prinzip seine letzten Jahre mit und er erzählt in diesem Verhör, was er gemacht hat in den letzten Jahren. Ist das was Aktueller oder? Ne, das ist schon, der hat schon auch wieder Sachen danach gemacht. Ich glaube, das ist schon wieder zehn Jahre alt. Ah ja. Das waren vier Bände, immer 200 Seiten stark und ich habe das glaube ich jetzt schon zum dritten Mal gelesen. Also ich lese auch Comics wieder und das ist einer davon. Ja, dann habe ich tatsächlich eine Frage noch vergessen und ich will dir die Möglichkeit geben, vielleicht ein bisschen was zu teasern. Jetzt ist ja parallel gerade erst erschienen, die Comic-Millionen werden demnächst auf deinem Konto einwandern, aber vielleicht arbeitest du schon an dem nächsten Werk oder hast du Ideen? Kannst du uns schon was anteasen? Ja, also am nächsten Werk arbeiten tue ich noch nicht. Ich mag ja gerne auch so Underground-Comics und so kleinere Sachen und bin jetzt, ja, ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche. Ich habe halt so verschiedene lose Enden, die ich geschrieben habe und ich bin im Prinzip jetzt wieder im Schreibprozess und für das nächste größere Buch gibt es im Endeffekt bisher bloß eine Idee. Also da kann ich jetzt jetzt zu der Geschichte oder wie das mal aussehen soll nichts zu sagen. Das Thema, was mich interessiert ist, wäre Gewalt in allen Facetten, also das, in dem kleinen Kern, also innerhalb der Familie bis hoch zu, wenn der Staat Gewalt auf Institutionen oder auf die Bevölkerung ausübt, eben solche Sachen und was das dann wiederum mit den Personen macht und so vom Großen ins Kleine hinein. Das wäre so ein Thema, was mich interessieren würde. Lieber Matthias, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du heute genommen hast, mit mir über dich, deine Arbeit und sonstige Dinge zu sprechen und ich hoffe doch sehr, dass wir uns auf jeden Fall nochmal persönlich irgendwann irgendwie irgendwo treffen und sei es meinetwegen hier in Frankfurt auf der Buchmesse oder hoffentlich findet es statt nächstes Jahr in Erlangen. Ja, das wäre super. Also da hätte ich auf jeden Fall sehr große Lust. Prima, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, mach's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.